Nein, das ist die Kralle. Wo sind die Tachys und Brainer hier? Hier. Also schauen wir mal, was da drinnen steht. Die Athoros. Ich gehe davon aus, dass dieser Brief euch irgendwie erreichen wird. Diese Dämonen sind geistlos. Alles worum sie sich sorgen, sind ihre Nägel, ihre Patschen oder die nächste Gelegenheit etwas mit den Kopfstacheln zu durchbohren und ich wage es gar nicht, eine der Höhlenbestien einzusetzen, damit nicht alles wieder zur Asche verbrennt. Es stimmt mich traurig, wenn ich an die Tage denke, als wir nach Gutdünken die Orks für unsere Zwecke benutzen konnten. Sie hatten wenigstens einen primitiven Verstand und wussten, wie man Anordnungen gewissenhaft ausführt. Das ist eben eine Anführung auf die Zeit der Versklavung der Orks durch die Dämonen. Vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, einige neue Leibeigene aus der Umgebung zu beschaffen. Ich denke, die Zeit ist drive, um einige der niederen Völker zu unterwerfen. Der Splitterholzposten im Nordwesten dürfte ein hervorragendes Ziel abgeben. Bevor der nächste Mond über diesen erbärmlichen Welt aufgegangen ist, sollten wir uns darüber beraten, ob ein gemeinsamer Angriff unserer Streitkräfte sinnvoll erscheint. Wenn wir sie jetzt unterjochen, werden sie sich wieder an die wahre Bedeutung des Wortes Horde erinnern. Grüß Gorgannon, wer es hört endlich auf, die gesamte Blutlinie auf, Liebesbriefe an meine Einpeitsche zu verschwenden. Nachtelfische Jungfrauen sind diese Tage schwer zu finden. Okay. Also, wenn er solange nur Nachtelfen abschlachtet, ist mir das als Ork eigentlich nicht wirklich wichtig. Also, ich würde noch gerne wissen, wo der ... Ah, da ist es. Teufelsche Pläne. Bring die Teufelsche Pläne zu Valusha im Splitterholzposten im Eschenthal. Ja genau, da sind genaue Sachen drin über den nächsten Angriff auf den Posten. Und das wollen wir natürlich nicht zulassen hier. Ah, das Teufelsfeuer geben wir nachher ab. Das schauen wir uns zuerst mal unsere Teufelsche Pläne an hier. Ha, Schreckenslords. Ah, das sind die Schreckenslords, sind die ... äh, das Volk, was von ihnen nach Manorov kommt, den ... äh, Chrom hier besiegt, das sind so große ... äh, das ist eine gute Frage, das sind wie riesengroße Kühe, ganz fette Kühe, nur haben sie Dämonen, schwingen hinten drauf und einen äh, Zentauen-ähnlichen menschlichen Oberkörper, oder dämonischen Oberkörper, wo sie noch Hände haben, mit diesen Händen schwingen sie so riesengroße Doppelschwerter und, äh, sie haben eine Fratze aus, ich weiß nicht, ob ihr Herr der Ringe gesehen habt, den dritten Teil, wo ... dass der Mund von Sauron aus dem Tor rauskommt und quasi nur ... ... fast kein Gesicht hat, sondern nur so, so Zähne hat, und so ähnlich schauen die am Gesichter auch aus, also ... Also ... Volusche ist davon nicht beeindruckt, also sie sagen, ja ... ... nein, wir werden das nicht zulassen, das ist ein Schandfleck in unserer Welt ... äh, das wir kurz ignorieren, sondern wir gehen zuerst mal in zerstörte Legion ... Nichts ist so gut, wie unsere Welt von den einen Dämonen zu befreien ... Das ist ... ich muss mal kurz nachschauen, ist sie ... ... es steht nicht, aber sie hat einen ... ... sie hat einen Stab, den man normalerweise als Druide sehr ... ... sehr ... also früher in MW, in der alten Version, als Druide sehr lange gehabt hat, weil er es einer der besten Druidenstäbe war am Anfang ... ... also ich glaube fast, dass sie irgendwie ... ... eher mit der Natur verbunden ist ... ... also, nichts ist so gut, wie die Welt von Dämonen zu befreien ... ... und jetzt ... ... nie wieder, Kratzold ... ... es ist doch ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieser Angriff niemals stattfindet ... ... geht um der Schlagdisch der Schrecken und sagt, das ist cool ... ... ohne sie ist der Rest der Dämonen nur ein Haufen geistloser Untiere ... ... befindet Gorgadon im Dämonensturz südösterreich hinter dem Dämonenhügel ... ... in der Nähe des schwebenden Speers von Manoruf ... ... das ist cool ... ... dann sehen wir da auch die ... ... den Manoruf Speer nochmal ... ... Theathoros, der Sucher lebt irgendwo im Grabhübel ... ... äh ... im Grabhübel auf dem Dämonensturz ... ... äh ... kehrt mit ihren Waffen als beweisere Taten zurück ... ... sehr gut ... ... Dämonen ... ... Dämonenlord zum ... ... Uniten ist ja unsere Spezialität hier ... ... natürlich ... ... neben Nachthelfen Uniten ... ... oh ja ... ... das wird den Elfen eine Lektion erteilen ... ... seht einfach so ... ... okay ... ... perfekt ... ... ähm ... ... genau, hört zu ... ... ihr dürft niemanden etwas davon erzählen ... ... Saufang wird es sicherlich gut heißen ... ... sobald ihr das Ergebnis sieht ... ... aber wenn mir im Voraus etwas bekannt wird ... ... enden unsere Köpfe von dem Spieß, okay ... ... Draka händigt euch eine hastig geschriebene Notiz aus ... ... bringt das zu Durak ... ... ihr findet ihn in der Minion hinter mir ... ... in Richtung Norden ... ... ich werde euch weitere Anweisungen geben ... ... äh ... ... äh ... ... ist das schon grün jetzt? ... schieß mal ... ... na ... schieß mal ... ... komm ... ... schieß ... ... nein ... ... ist immer noch rot ... ... okay ... ... keine Ahnung was dann ... ... so wirklich abgeht hier ... ... ich glaube es wird auch ... äh ... ... beim Kampf gegen die ... ... Schrecknislords dahinten dann ... ... nicht so wirklich gut sein ... ... wenn wir hier Furo spielen ... ... sondern wenn wir kurz auf Waffen wechseln ... ... weil wir uns ... ... wahrscheinlich gerne selber heilen ... ... vielleicht sogar auf Schutz ... ... wobei Schutz nicht so toll ist ... ... fehlt dann einfach der Schaden ... ... aber Waffen ist glaube ich ganz gut unterwegs ... ... hier ... ... so ... ... also ... ... unser Hexenmeister hier ... ... Durak ... ... Kraft ohne Ehre ... ... ja ... ... okay ... ... ähm ... ... Draka sollte es besser wissen ... ... und nicht zu unverschämt sein ... ... aber es sieht so aus als ob ihr ... ... bis zu den Haarspitzen mit drin steckt ... ... und genauso viel zu verlieren habt ... ... wie jeder andere hier ... ... wohl an ... ... also ... ... Draka benötigt eine Art ... ... von Magnet ... ... etwas das ihre dämonischen Geschosse ... ... das ihre dämonischen Geschosse anzieht ... ... äh ... ... zufällig kenne ich eine Methode ... ... die für diese Zwecke ... ... die für diese Zwecke ... ... dienlich sein sollte ... ... ich suche den Minion nach einem ... ... fast großen Erzklumpen ab ... ... und ich bereite eine besondere ... ... Verzauberung vor ... ... ok ... ... also suchen wir hier einen Erzklumpen ... ... ähm ... ok ... ... bin schon gespannt wo wir den finden hier ... ... ... ist nicht zu einfach hier ... ... was sagst du? ... ja ... ... geh ab schnell ... ... dieses Erz wird sich nicht von alleine abbauen ... ... naja ... ... kommt da vorne ... ... da vielleicht ... Erzklumpen ... ... nein ... ... kein Erzklumpen ... ok ... ... auch nicht ... ... und dann wird er vielleicht irgendwo in Richtung Ausgang liegen ... ... ah ... da vorne ... ... ich glaube fast dass der ... ... der Ort von diesem Erzklumpen ... ... natürlich immer zufällig gewählt ist ... ... und es ist nicht wirklich immer ... ... an der gleiche ... ... oh wir brauchen mehr als das ... ... ha ... ... es ist erst 3 von ... ... 3 von 10 ... ... ah ... hier sind aber mehr ... ... das heißt ... ... wir sollten es gleich haben hier ... ... letzter noch ... ... ja ... ... das war doch nicht so schwierig hier ... ... so ... ... wir haben ja ... ... machen wir noch ... ... ich glaube diese Quests mit den ... ... Dämonen dort werden wir noch ... ... erledigen ... ... und dann ... ... glaube ich ist es soweit ... ... für heute ... ... ah ok ... ... wir wollen einen Fluch drauf ... ... packen oder ... ... gerade rechtzeitig ... ... die Elfen haben einen weiteren Angriff gestartet ... ... verwendet das Verfluch der Erz ... ... von den Wachträumen aus ... ... um die Ziele für Draka zu markieren ... ... ihre Projektile werden ... ... euer Ziel treffen ... ... und magische Höllenflammen ... ... hervorbrechen lassen ... ... die alle Feinde im Umfeld vernichten ... ... es gibt starke Vorurteile ... ... Vorurteile ... ... gegen den Gebrauch von dämonischer Magie ... ... ähm ... ... oh ... ... Moment ... ... wo war das ... ... ungerechtigter Weise ... ... dennoch ... ... aus diesem Grund werde ich euch ... ... für die Dauer dieser Mission ... ... in einen Wicht ... ... was ... ... in einen Wichtel verwandeln ... ... um zu verhindern ... ... dass man euch erkennt ... ... ok ... ... also das sind diese ... ... Wichtel ... ... klein ... ... schnell ... ... nervig ... ... äh ... ... ich bin jetzt nicht unbedingt ... ... extrem davon beeindruckt ... ... dass wir jetzt als Wichtel hier rum ... ... laufen müssen ... ... wenn wir uns unsere ... ... unsere Erz ... ... unser verzaubertes Erz hier gleich mal ... ... in unseren Aktionsparken rein ... ... also die ... ... das Interessante an dieser Geschichte ist auch ... ... dass die ... ... Hexenmeister ... ... denen wir immer begegnen ... ... sehr stark mit der ... ... brennenden Legion flirten würde ich sagen ... ... weil ... ... sie verwenden immer dieses ... ... diese Dämonen und dieses ... ... grüne Feuer ... ... also dieses Fell ... ... naja ... ... klingt wie wach ... ... ich meine ... ... ja gerne doch ... ... und ... ... das heißt ... ... sie verwenden ... ... eigentlich die Werkzeuge ... ... die die brennende Legion selbst verwendet ... ... das ist ... ... wenn man es unter Kontrolle hat ... ... ist es nicht so ... ... nicht so schlecht ... ... aber ... ... dazu muss es ... ... muss man es unter Kontrolle haben ... ... warum kann ich denn nichts drauf ... ... schauen wir uns mal die ... ... Explosion hier an ... ... oh cool ... ... und der ... ... das Urtum auch gleich erwischt ... ... so wenn wir hier mal her ... ... werfen ... ... also wir müssen fünf ... ... diesen Urtümern zerstören ... ... das wird etwas dauern wahrscheinlich ... ... auf jeden Fall sehen wir schon ... ... dass der Angriff hier ... ... nicht mehr die normalen ... ... äh ... ... die normalen ... ... äh ... ... orangen oder roten Flammen hat ... ... sondern eher so grüne Flammen ... ... und das ist ein eindeutiges Anzeichen ... ... von diesem Fell ... ... dieser ... ... dieser Teufelsmagie ... ... das spielt auch eine große Rolle ... ... in ... ... dem Film ... ... Warcraft ... ... wenn ihr den gesehen habt ... ... äh ... ... den ich übrigens ... ... empfehlen kann ... ... äh ... ... zumindest wenn euch ... ... die Geschichte von Warcraft ... ... nur annähern ... ... und wer interessiert ... ... also das ist ... ... er hat leider keine ... ... extrem gute Notationen bekommen ... ... ich kann nicht ... ... hundertprozentig nachvollziehen ... ... warum ... ... die Geschichte ist nur ... ... am Anfang vielleicht etwas ... ... schnell erzählt ... ... aber abgesehen davon ... ... ist es eine ... ... typische ... ... Abenteuergeschichte ... ... die jetzt nicht ... ... extrem gut oder ... ... extrem schlecht ist ... ... es ist eine riesengroße ... ... Produktion ... ... die sehr tolle ... ... Spezialeffekte hat ... ... und deswegen ... ... finde ich ... ... kann man sich das durchaus ... ... einmal ansehen ... ... also ... ... er ist ... ... meiner Meinung nach ... ... deutlich besser ... ... als sein Ruf ... ... und erzählt auch ... ... quasi die ... ... die Geschichte ... ... wie die Orks entstanden sind ... ... relativ gut ... ... muss ich sagen ... ... also ... ... nicht wirklich ... ... wie die Orks entstanden sind ... ... sondern nur ... ... wie die Orks ... ... die erste Invasion ... ... in ... ... in den östlichen Königreichen ... ... geführt haben ... ... wir müssen noch ... ... angreifende Elfen ... ... treffen ... ... hier ... ... mal schauen ... ... dass wir hier ... ... die meisten ... ... irgendwie ... ... treffen können ... ... fehlen noch knapp ... ... acht ... ... das sollte sich mit ... ... zwei Angriffen ... ... wahrscheinlich ausgehen ... ... das Interessante an ... ... Warcraft und World of Warcraft ... ... ist dass die Geschichte ... ... schon ... ... sehr ... ... sehr ... ... aufwendig geworden ist ... ... sagen wir mal so ... ... also es gibt sehr viele Völker ... ... es gibt sehr viel ... ... Hintergrundgeschichte zu den ... ... eigentlichen Ereignissen ... ... was vorher und nachher ... ... immer alles passiert ist ... ... und ... ... das einzige was mich ... ... am Wochenende etwas gestört hat ... ... ist dass das Buch an sich ... ... also die Chroniken selbst ... ... von der Sprache her ... ... sehr einfach gehalten ist ... ... also es ist nicht so wie bei ... ... Herr der Winge ... ... dass man da auch sprachlich ... ... sehr beeindruckt ist ... ... von den ... ... von der Wortwahl ... ... und so ... ... das ist eher nicht so ... ... würde ich sagen ... ... sondern ... ... sprachlich ist es eher ... ... Richtung ... ... einfach ... ... sicher keine Offenbarung ... ... so ... ... die Zeit des ... ... die Zeit des Wichtels ist vorbei ... ... aber es ist trotzdem ... ... angenehm zu lehnen ... ... dass das ... ... wenn ihr ... ... euch für die Geschichte ... ... von Warcraft interessiert ... ... dann würde ich euch trotzdem ... ... nicht raten mit der ... ... ersten Chronik anzufangen ... ... sondern wenn überhaupt ... ... dann mit der zweiten ... ... oder dritten Chronik ... ... je nachdem ob euch die ... ... Strategiespiele von damals ... ... also die Geschichte ... ... der Strategiespieler ... ... oder die Geschichte ... ... von World of Warcraft ... ... beziehungsweise ... ... von Warcraft 3 ... ... interessieren ... ... weil die Chroniken 2 ... ... handeln von ... ... vom ersten und zweiten ... ... Ork-Krieg ... ... also von Warcraft 1 und 2 ... ... und die Chroniken 3 ... ... handeln von ... ... einem Teil von Warcraft 3 ... ... und ... ... dann von allen Ereignissen ... ... in World of Warcraft ... ... bis zum ... ... Ende des Kataklysmus ... ... glaube ich ... ... oder Anfang des Kataklysmus ... ... ich weiß nicht genau ... ... also ... ungefähr dorthin ... ... wo wir jetzt spielen ... ... ja ... ... die reine Teufelskraft ... ... durch eure Seele ... ... brunt ... ... na ... es ist ... ... nicht so toll ... ... also ... ... das Band der Faulen Stärke ... ... ok ... ... und mit Faulen ... ... meinen sie nicht ... ... äh ... ... äh ... ... dass sie ... ... dass die Stärke hier ... ... nicht zu arbeiten will ... ... sondern dass sie ... ... hier verfault ... ... wie eine ... ... faulende Fucht hier ... ... ähm ... ... genau ... ... also wenn ihr ... ... die Bücher lesen wollt ... ... kann ich nur ... ... das erste nur dann empfehlen ... ... wenn es euch wirklich wirklich ... ... wirklich interessiert ... ... wie die ... ... äh ... ... wie quasi die ... ... äh ... ... die ... ... das Genesis Buch von ... ... von World of Warcraft geschrieben wurde ... ... also die ... ... die Bibel ... ... der Rest ist irgendwie ... ... nicht so ... ... also ... ... wenn man da ... ... nicht so drauf steht ... ... würde ich ... ... sagen ... ... es ist nicht so interessant ... ... ich hab's ... ... ganz angenehm ... ... gefunden aber ... ... ... das könnte ... ... mein Ende bedeuten ... ... vielleicht sind meine Taten ... ... nicht so gut auf Dach gewesen ... ... wie sie hätten sein sollen ... ... die gute Nachricht ... ... ist ... ... dass wir einen Angriff ... ... zurückgeschlagen haben ... ... der anderenfalls ... ... den Untergang ... ... des Splitterholzpostens ... ... zufolge gehabt hätte ... ... lasst uns beten ... ... dass Saurofang ... ... das genauso sieht ... ... also Saurofang ist der ... ... der ... ... Anführer der Orks ... ... oder der ... ... militärische Anführer der Orks ... ... oder der ... ... General der Orks ... ... momentan ... ... ähm ... ... ja ... ... ich werde sicherlich ... ... nach Orgama gerufen ... ... um mich für meine Taten ... ... zu rechtfertigen ... ... bitte geradezu ... ... eilt mir voraus ... ... und überreicht ihm diesen Brief ... ... tut was in eurer Macht steht ... ... um ihm gegenüber ... ... um ihn mir gegenüber ... ... milder zu stimmen ... ... gerne ... ... also das ... ... schickt uns wieder nach Orgama zurück ... ... wollen wir momentan nicht machen ... ... sondern wir wollen die ... ... Dämonen ... ... besiegen ... ... was wir jetzt auch machen werden ... ... dafür wollen wir aber ... ... zuerst noch ... ... auf Waffen wechsel ... ... ups ... ... Ausrüstungsmanager ... ... Waffen ... ... ausrüstens ... ... ja gut ... ... haben wir irgendwas was wir ... ... neu anziehen können ... ... nein ... ... sind beide schlechter ... ... nur müssen wir ein neues Talent ... ... aussuchen für Waffen ... ... und zwar ... ... Schokolade kennen wir ... ... Stummels kennen wir ... ... doppeltheld besser ... ... ähm ... ... ich würd sagen ... ... wir nehmen hier auch ... ... doppeltheld besser ... ... weil das unsere ... ... Mobilität ... ... erhöht ... ... und das beim ... ... beim ... ... questen ... ... meiner Meinung nach ... ... am meisten bringt ... ... am Anfang ... ... also ... ... nicht nur am Anfang ... ... sondern allgemein ... ... und jetzt ... ... knöpfen wir uns ... ... die Dämonen vor ... ... dann sehen wir ... ... wie es ... ... grommasch ergangen ist ... ... damals auch ... ... jetzt sind wir ... ... die machen wir noch fertig ... ... dann ... ... reisen wir wahrscheinlich ... ... nach Orgyma zurück ... ... um den Quest abzugeben ... ... bei Sauerfang ... ... aber ... ... dann ist es wahrscheinlich ... ... vorbei heute ... ... spät ist es ... ... 21.03 ... ... ja ... ... halbe Stunde noch ... ... und dann ... ... muss ich noch ... ... Küche fertig machen ... ... andere Sachen erledigen ... ... und dann ist es ... ... glaube ich ... ... Zeit ... ... für ... ... das Sandmännchen ... ... für mich ... ... interessant ist auch ... ... dass es ... ... sogar für diese ... ... verschiedenen ... ... Arten von Dämonen ... ... eigentlich ... ... kurze Hintergrundgeschichten gibt ... ... ich habe mir leider ... ... nicht alle gemerkt ... ... aber ... ... ähm ... ... ja ... ... sie sind auch nicht ... ... zumindest ... ... bis jetzt ... ... noch nicht wirklich ... ... so wichtig geworden ... ... so ... ... wie weit können wir ... ... jetzt gehen ... ... ah ... ... da hinten ist auch noch einer ... ... wir gehen zuerst gerade aus ... ... ich glaube da hinten ... ... ist nämlich ... ... einer von den Gegnern ... ... wir versuchen ... ... so wenig Schaden wie möglich ... ... hier zu nehmen ... ... aber ... ... es ist ... ... manchmal nicht ganz einfach ... ... jetzt ... ... hier ist nichts ... ... oder wie ... ... ok ... ... dann ... ... wenn wir hier mal ... ... muss ich mich erst hier zurechtfinden ... ... in diesem Dämonen ... ... verseuchten ... ... Entgebung hier ... ... so also ... ... ich dachte da hinten ... ... ist auch noch irgendwas ... ... ah ... ... ok ... ... wie komme ich da hin ... ... gehts ja gar nicht drüber ... ... ah ... da rauf gehts ... ... haha ... ... gefunden ... ... ah ... ... ist da Dämonenstärke ... ... ok ... ... da oben wird wohl ... ... einer von den zwei ... ... riesengroßen ... ... Typen auf mich warten ... ... vorne irgendwo ... ... das links noch ... ... ah ... ... ah ... ... in der Höhle wahrscheinlich ... ... jaja ... ... ich sollte mich wohl hier ... ... nicht allzu ... ... sicher fühlen ... ... ah ... ... das ist der Grund ... ... warum ich hier mit Waffen rein wollte ... ... damit ich ... ... sehr schnell zum ... ... zum ... ... eigentlichen Gegner ... ... vordringen kann ... ... und ... ... hauptsächlich dann ... mich relativ schnell heilen kann. Da müssen wir runter in dieses... Oh, das ist ja wirklich, wirklich, wirklich weiß. Okay. Na dann. Jetzt muss es so sein. Diese Höhle, da habe ich auch posttraumatische Stressstörungen gefunden. Die Höhle hat ein Layout, das genauso verwendet wird in der Startzone der Nachtelfen. Und zwar schon seit Beginn des Launches von World of Warcraft und die Höhle war damals quasi der Nubi-Killer, weil ein Quest hier verlangt hat, dass wir hier... Oh. War das schon? Hey, nicht mit meinen Dämonen hier killen. Der Quest hat verlangt, dass man hier reingeht, also zumindest in der Startzone der Nachtelfen. Und dann ja, das war er natürlich. Das ist gar kein so ein... Typ, das ist ein... ein Nathrezim. Whatever. Ah, ups. Und die Gegner hier in dieser... in dieser Höhle waren super, super stark. Und das war natürlich schlecht, wenn man mit Level 7 oder 8 reingegangen ist, obwohl die Höhle eigentlich vor Level 10 gedacht war. Man hat aber die Quest schon auf Level 7 oder 8 bekommen. Das heißt, irgendwie... war das von der... war das nicht so gut durchdacht damals. Und da sind Horden an Leuten reingelaufen und da drinnen einfach gestorben und haben sich verirrt, weil die Höhlen doch sehr ausladend sind. Und sehr viele verwinkelte Ecken haben. Können wir eigentlich unsere Stärke aktivieren hier. Sehr gut. Ah, das ist der Teufelspeer. Ersten von den Zweiten Fakten gefunden. Und deswegen habe... Ich habe da auch mit meinem... Ich habe damals einen Nachtheil von Druiden erstellt, der schon zu dem Zeitpunkt, dass ich hier eine Katze verwandeln konnte, die sich unsichtbar machen kann. Aber das hat alles nichts geholfen. Es war einfach fast unmöglich, diesen Dungeon zu... Also die Queste den Dungeon abzuschließen. Da so viele Gegner so stark waren dort. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, genau auf die andere Seite war doch klar. Und das war eben, die Höhle hat sehr, sehr... vom Layout aus... vom Layout her drinnen hat sie sehr ähnlich oder quasi gleich hier ausgesehen wie die Höhler hier. So, jetzt einer von diesen Dämonen noch und dann... Ich hoffe, dass es einer von den... von den Typen, die ich dachte, dass sie sind, aber wahrscheinlich nicht. Diese Schreckenslords sind offenbar diese Nathrae Sim. Also, der Reihe nach, dieser Vampir-Typ, den wir gerade... den wir gerade beseitigt haben, der gehört zum folgenden Nathrae Sim. Die Nathrae Sim sind so, wie wir schon gesehen haben, so Dämonen mit so Flügeln und sehen ein bisschen aus wie Vampire. Meiner Meinung nach sehen sie ein bisschen aus wie Vampire. Muss ich drückliegen sein, aber... Und die sind eine der intelligenteren Dämonenrassen und sind hinter den Schreckenslords oder den Groomlords oder wie auch immer sie heißen, sind sie die zweite Reihe und Generäle, die es gibt in der brennenden Legion. Ah, sterben wir jetzt? Nein. Huh, knapp. Und diese zweite Generation... äh, die zweite Reihe, die hat sich eher darauf spezialisiert, ähm, hauptsächlich aus den Schatten zu regieren und, äh, Intrigen zu schmieden im, im Reich der Menschen oder im Reich der Orks oder überall, wo sie ja quasi eingesetzt werden und treten eher weniger im Kampf selbst auf, sondern sind eher im Hintergrund, sind so die Geheimpolizei der der brennenden Legion. Und von denen müssen wir jetzt quasi die die müssen wir jetzt besiegen und dann haben wir es geschafft. Da hinten sehen wir auch die schwebenden Waffen hier. die hier, ups, die hier, ups, die hier, da, die großen Waffen, die hier schweben, das sind die ehemaligen Waffen von Manoroth, eben der Grubenlord, der, 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 diesen Kampf geführt hat gegen die Orks, der die Orks versklavt hat und der dann im Kampf gegen Chrom, äh, Höldenschein draufgegangen ist. Autsch. Schlecht. Eins noch. Sehr gut. Sehr schön. Das sind die Kombos, wie ich sie wünsche. So. Wir haben eine Klinge aufgesammelt, jetzt fahren wir noch zurück, oder gehen wir noch zurück, äh, wir können eigentlich zurück teleportieren, so wie ich mir das überlegt habe. Genau. Geben die Quests ab und dann ist es auch gut. Und diese Nathrysäme, die sind, ja, ich weiß nicht, die sind, äh, eher weniger wichtig, oder zumindest in Warcraft 3 eher weniger wichtig. Sie haben dann später eine Wichtigkeit erlangt, weil, äh, Sylvanas hat sich mit einem von diesen Nathrysämen verbündet, hat geglaubt, der ist von dem Brennete Legion losgesagt. Das hat sich dann als nicht wahr herausgestellt und der hat dann, Sylvanas betrogen und dann ist alles irgendwie nicht mehr scheiße gewesen und, ja, wir verkaufen unseren Ramsch. Wir geben den Quest ab. Ups. So, also nie wieder, diese Schreckenslords müssen bald, müssen bald sterben. Das Problem ist, wir haben diese, diese Schreckenslords jetzt besiegt, aber, ähm, die sind jetzt nicht wirklich tot, sondern sie sind zurückgeschickt in den, in den Twisting Nether, wo sie dann wiedergeboren werden und einfach nochmal kommen, das ist natürlich sehr schlecht. Und wir bekommen das Band von Argus, oh, Argus ist auch eine, darüber werde ich später, oder nächstes Mal was erzählen, glaube ich. Äh, erforderliche Items, das ist gar nicht zu stark, das Band von Argus, aber zumindest etwas, wenn wir gar nicht anlegen. Äh, Stärke ist immer gut eigentlich. Was kann der zweite Ring eigentlich? Kritischer Trefferwert, Stärke, Ausdauer, Ausdauer, Stärke, Ausdauer, ich glaube, Stärke, Ausdauer ist besser. Oh, die Feuerwehr ist wieder unterwegs. Das gleiche Sicht machen, ausrüsten, dann werden wir den zweiten Ring anlegen, speichern, das Problem ist, ich kann das Fuhrer-Waffenset nicht ausrüsten, weil ich im Fuhrer-Waffenset zwei, zwei Handwaffen trage und ich nur dann zwei Handwaffen tragen kann, weil ich auch Fuhrer bin, das heißt, ich kann jetzt nicht den, den Ausrüstungsmeldent Fuhrer hier ausrüsten, das würde mir sagen, das geht nicht und dann würde ich wieder ein Fuhrer-Set mit einer Waffe speichern, das heißt, das ist nicht so toll. Da gibt es noch zwei neue Quests, wieder mit Dämonen. Also, Lokeo Okar, Hörertki, ich weiß, dass dieser Angriff auf den Splitterholzposten uns alle mitgenommen hat, aber falls wir die Satyr-Portale aus den Augen verlieren, oh, Satyren, muss ich auch noch erklären, was die sind, aus den Augen verlieren, steht uns nach dieser Krise eine noch größere bevor. Ihr wisst nichts von den Portalen? Im Nordosten in dieser Region von Satyrenar und Xavian unternehmen in der Satyren den Versuch, Dämonen zu beschwören, um ihre Zahl zu stärken. Wir müssen die Portale schließen, egal, was ich uns dort auch in den Weg stellen mag. Was Satyren sind, dazu nächstes Mal mehr, das hat mit den Nachtheffen zu tun, ist aber auch etwas kompliziert. Satyren-Hörner, sehr gut. Hey, ich bin auf Satyren-Reise nach Ratchet, habe ich das ganze Eschenland durchwehrt und mich entschlossen, hier im Spinterholz-Posten Rast zu machen. Ich suche immer nach guten Gelegenheiten und es scheint mir, dass in Ratchet zur Zeit Satyren-Hörner sehr gefragt sind. Nachdem ich mich hier ein bisschen umgehört habe, glaube ich, dass die Satyren in der Nachtflucht Satyren-Hörner und Xavian genau die Art von Hörner besitzen, die ich suche. Ich kann mich mit diesen Satyren nicht messen, natürlich, aber ihr könnt das. Ich sage euch was. Wenn ihr mir diese Hörner bringt, soll es euch nicht zu schaden sein. Machen wir dann. Allerdings nicht mehr heute, sondern nächstes Mal. Genau, das war es mit dem weiteren Teil im Eschenwald. Wir werden natürlich den Eschenwald weitermachen. Da ganz im Westen, im Nordwesten gibt es die Dunkelküste und in der Dunkelküste ist was ein Teil der Dunkelküste. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Da gibt es den Zorram-Strand hier. Verwechselt jetzt. Und am Zorram-Strand gibt es dann im Norden vom Zorram-Strand gibt es die nächste Instanz. Das sind diese Wie heißen sie? Die tiefschwarze Grotte ist dann dort. Die werden wir uns dann anschauen, wie wir dort sind. Allerdings dauert es wahrscheinlich noch ein paar Streaming-Sessions. Und Oh! Weil Vorex Grüße auch an dich. Allerdings schade, dass du so spät kommst. Ich bin gerade am Aufhören. Du kannst natürlich das Video dir am Channel anschauen und dann auch auf YouTube in ein paar Tagen. Aber nichts verpassen, weil sehr viel super tolle Informationen über die Nachtelfen und die Dämonen. Was dich das interessiert. Ja, natürlich. Mehr Content von mir ist immer gut. Ganz klar. Also wie gesagt, ich werde auch morgen noch eine Stunde oder eineinhalb Stunden streamen. Und dann bin ich fürs Wochenende wieder weg. Das heißt, die nächsten Streams gibt es dann erst nächste Woche wieder. Und allerdings bis morgen. Wüsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. – – –